Ja und heute haben wir wieder was ganz Besonderes als Gadget des Tages für Sie, nämlich ein Beleuchtungselement für den Garten, ganz ohne Installation. Einfach nur Schönheit, Beleuchtungsakzente setzen, wo immer man will. Und wie das funktioniert, erklärt uns jetzt Vivian. Mit wunderschönen Lampions kann man einfach eine bezaubernde, indirekte Beleuchtung überall dahin zaubern, wo Sie sagen, da soll es etwas leuchten und funkeln. Na ja, jetzt muss man aber keine Außensteckdose haben, um diese Lampions wunderbar mit Licht zu versorgen, sondern das machen die fast vollautomatisch, dank Solartechnik. Und dadurch bekommen Sie hier eine Lichterkette der absoluten Extraklasse, die so gut wie gar keiner Arbeit bedarf. Einmal aussuchen, welche gewünschte Stelle mit diesen wunderschönen weißen Lampions verziert werden darf. Dann einmal das Solarpanel, das der Ralf für uns in der Hand trägt. Bitte irgendwo ganz einfach anbringen, entweder an einer Wand oder dank mitgelieferten Erdspieß auch in der Erde, in einem Blumenkasten und Co. Und dann einfach nur darauf warten, dass vom Tageslicht, vom Sonnenlicht es irgendwann vollautomatisch zur Dämmerung kommt und sich diese Lampions dann auch automatisch einschalten. Denn die haben einen Dämmerungssensor integriert, der dafür sorgt, dass diese mit Solar-, mit Tageslicht-, Sonnenlicht-Energie geladenen Lampions vollautomatisch bei der Dämmerung anfangen, dank LED-Technik zu leuchten. Die sind übrigens aus einem reißfesten und sehr, sehr robusten Nylon. Das ist ganz, ganz wichtig. Also wir sprechen hier nicht von Lampions, die das Wetter nicht aushalten. Die sind gerade für den Außenbereich prädestiniert, dank Spritzwasserschutz, also auch Regen, kein Problem, Schutzklasse IP44. Wir haben hier übrigens 20 weiße Lampions und eine Gesamtlänge von 3,8 Metern. Finde ich, sieht ganz toll aus, nur so an Terrassen zum Beispiel oder auch an so einem Pavillon. Das könnte auch eine Balkonumrandung sein oder Ähnliches. Also alles kein Problem, einfach Solarpanel irgendwo installieren. Natürlich, dass das Tageslicht drankommt und schon scheinen diese 20 Lampions jeden Abend, es sei denn, sie schalten es aus. Da ist natürlich auch noch ein Ausschalter dran. Und sowas jetzt nochmal. 3,8 Meter mit Lampions, 2 Meter Zuleitung haben wir noch extra. Das bekommen Sie jetzt für 10,36 Euro. Mit der Bestellnummer NC3962 und der 569 überlegen Sie sich schon mal in den zwei Tagen, bis es bei Ihnen ist, wo es aufhängt. In welchen Baum, welche Hecke oder vielleicht auch so ein Partyzelt, innen mal beleuchtet mit 20 dieser wunderbaren Lampions. Ich bin mir sicher, Sie werden die richtige Idee haben. Und mit 10,36 Euro sind Sie, glaube ich, auch beim Pearl TV Sonderpreis bestens bedient. Und mit 10,36 Euro sind Sie, glaube ich, auch beim Pearl TV Sonderpreis bestens bedient. Vielen Dank.